Jetzt gibt es sie, Magic Drinks von Pico. Sie sind hundemüde, Espresso Grande. Ihnen ist heiß, Eiskaffee-Klassik und genauso Magic ist Kaffee-Olé-Heselnut. Schokolade-Cherry, Cappuccino-Maretto. Saugut, schmecken auch all die anderen Sorten. Aber das Schönste ist die kinderleichte Zubereitung. Ein bisschen Wasser, umrühren, fertig. Pico Magic Drinks. Neu bei Chevo. Kennen Sie das auch? Schmerzen im Rücken, in den Gelenken oder Muskeln? Dann empfehle ich Ihnen Ibotop, die Creme mit dem Wirkstoff Ibuprofen. Ibotop dringt schnell und tief zur schmerzenden Stelle vor, bekämpft die Ursache und mildert rasch den Schmerz. Fragen Sie gezielt nach Ibotop. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Kann man heute mit gutem Gefühl weichspülen? Ja, aber es müsste wirklich biologisch abbaubar sein. Klar, wenn ich weniger brauche und weniger Verpackung. Deshalb gibt es jetzt das neue Lenore Ultra. Keiner ist kleiner, keiner schafft mehr. Durch die neue kompakte Ultra-Formel sind die Wirkstoffe noch schneller biologisch abbaubar als bisher. Klingt gut. Und mit so wenig schafft keiner mehr. Verglichen mit einem Liter herkömmlichen Weichspüle schafft Lenore Ultra zehn Lenore weiche Waschladungen mehr. Da bringt viel weniger ja viel mehr. Ich fühle mich wohl im neuen Lenore Ultra. Ein gutes Gefühl. Kleiner, ergiebiger, schneller abbaubar. Das neue Lenore Ultra. Keiner ist kleiner, keiner schafft mehr. Sache Eiscreme. Viel frische Sahne macht es so traumhaft sahnig. Sacher. Der Anfang einer großen Leidenschaft. Draußen stoppt er natürlich Insekten. Drinnen Paral. Seit vielen Jahren. Paral stoppt Insekten. Mit Sicherheit. Wenn Ihr Haar strapaziert und geschädigt ist, dann können Sie es entweder abschneiden oder wirksam und sanft reparieren. Mit Glisskur. Denn Glisskur ist Hair Repair. Also entweder oder Glisskur. Das Hair Repair Programm. Von Schwarzkopf. Wenn Dich eine Mücke sticht, nimm Azzaron. Dann juckt es nicht. Azzaron. Der handliche Insektenstick in Ihrer Apotheke. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Pizza Rustica. Nach echt italienischem Vorbild. Nach echt italienischem Vorbild. Pizza Rustica. Man nehme Dr. Hütke. Denn Qualität ist das bestere Zeichen. Babypflege von Fissan. Vor der Geburt wird Ihr Baby von der sogenannten Käseschmiere geschützt. Nach der Geburt schützt es Fissan vor Reizstoffen. Sehen Sie? Das Ei wird angegriffen. Doch wo Fissan war, bleibt die Schale geschützt. Fissan Wundschutz mit Milchlabelin schützt genauso die zarte Haut Ihres Babys. Fissan, Schutz nach dem Vorbild der Natur. Heike Henkel. Mars hat Sie auf Ihrem Weg an die Spitze begleitet. Jetzt geht sie wieder an den Start. Mars wird Ihr auf die Smarterseite stehen. Mars. Offizieller Sponsor der Leichtathletik WM 93. Mit Mars können wir auch Sie gewinnen. Holen Sie sich jetzt Ihre Teilnahmekarte. Schneller! Ja, schneller! Schneller! Eine Minute, fünf Sekunden und 40 Hundertstel. Im Sport kann es doch nie schnell genug gehen. Wenn es ums langsame, genießerische Kaffee trinken ginge, hätte ich schon lange einen ganzen Schrank voller Medaillen. Jeden Tag Training im Kaffee trinken. Gut, ne? Melitta macht Kaffee zum Genuss. Braucht noch irgendjemand einen Trainer? Bert hat keine Probleme mit Pickeln. Er taucht täglich unter. Karin hat keine Probleme mit Pickeln, weil sie nimmt sportlich. Ute hat auch keine Probleme mit Pickeln. Sie kriegt sie erst gar nicht. Denn mit dem Klerasil-Gesichtswasser bekämpft sie täglich ihre Ursachen. Weil jeden Tag Fett die Poren verstopft und sich dann Bakterien vermehren, nimmt sie jeden Tag Klerasil. Und so sind für sie Pickel kein Thema mehr. Klerasil-Gesichtswasser. Täglich. Magnesium-Kalk hat Ihre Maschine zerstört. Selbst schuld, wenn's teuer wird. Aber ich... Das wäre mit dem neuen Calgon-Ultra nicht passiert. Der einzige mit Magnesium-Kalkschutz-Formel. Jetzt nehm ich nur noch das neue Calgon-Ultra. Das neue Calgon-Ultra. Eisklar, kühl und frisch. Das Aftershave-Cooling-Gel. Neu von AX. Na, vielleicht solltest du lieber drin bleiben. Aber, aber das war das Hugo. Ach, Hugo. Du brauchst doch bestimmt ein Wick-Husten-Bonbon. Mh. Wildkirsche, das tut gut. Äh, 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 äh. Mh, schmeckt gut. Tschüss, Hugo. Wie Kusten-Bonbons, die wirken und schmecken. Jetzt auch ohne Zucker. Mh. Mh. Untertitelung des ZDF, 2020